Ich denke schon... Ich bin noch nie in diese Lage gekommen. Ich glaube, mein letztes Zeitspiel, was wir sehen haben, war Barteln-Gegend. Man kann nirgendwo gleich aussehen. Das ist doch mal... Zwei lange Aufschläge. Das haben wir dann nicht gut gesehen. Hatsu hat gewonnen. 3-0. So hat es mir Xie auch erzählt letzte Woche, dass er schon mal gegen ihn gespielt hat. Einen Plan haben. Ich hoffe, einen guten. Ja. Aus unserer Position kann man es leider nicht so gut sehen. Beziehungsweise eine Zeitlupe. Ja. Da läuft auch schon die Vorhand. Ja, Xie stimmt vielen Rücken. Ja. Und da wird auch nur mit einem Ball gespielt und nicht wie hier mit zig Ben. Richtig. Ihr macht noch das Klassische. Ja. Der Ball reinrollte. Oh, das war schade, weil Xie jetzt... Ja, weiter spielen. Der Ball ohne Halt. Das hat man gesehen. Der ist eigentlich schade. Bravo. Vorteil. Ja. Super Ballwechsel. Mit einem besseren Ende für Jutu, Moramatsu. Das ist schwierig. Ja. Das lässt sie sich da hin und her schnippeln. Der Ball hat mich jetzt ein bisschen ab. Mhm. Das lässt sie mich da hin und her schnippeln. Wahnsinn. Ja, einen langen, schnellen macht er jetzt nicht mehr. Ja, der Wahnsinn, wie er den abwinkelt und in die Rückhand rausspielt, guck dir das mal an, Binder, Wahnsinn. Und das bei, unglaublich, richtig toll. Ja, der hat noch nie für die deutsche Nationalmannschaft gespielt. Die deutsche Nationalmannschaft ist gut aufgestellt. Ich glaube, es war nie ein Thema, dass er Nationalmannschaft spielt. Kurze Noppen. Also nicht klasse Schlangen-Noppen, sondern kurze Noppen, mit denen er wirklich krass variiert. Oh, ja. Ja. Schön, jetzt bin ich. Das würde ich auch mal gerne sehen. Nehmen wir gerne mit. Oh, ja. Ja, das ist so, was du da gibst, oder? Wenn man ein bisschen aggressiver schupft, also nicht den Ball so hinhält, sondern aggressiv schupft, dann kann er wieder weniger machen. Ja, das stimmt. Oh, der muss ganz kurz spielen. Der war ums Netz herum. Sehen wir den nochmal. Oh, der Xi ist im Weg. Nein, ich glaube, die beiden haben nichts miteinander zu tun. Wang Xi und Shengwei Xi. Ah, nee, der Xi auch wieder. Mal schauen, ob es sie ihn lässt. Das war glücklich. Ja, ich hab' auch ohne Hallensprecher. Das freut mich. weil den ball von dem klappen das ist auf jeden fall da wechselt aber wahrscheinlich ich hab's ja das gucken auswendig weiß beschleunigen p1 kam auch in ich merke gerade schauen was der chat denkt wir wollen einen tollen sport sehen das ist im vordergrund tütet gleich den ersten ein bisschen höher vielleicht keine einspiel tische obwohl wir haben jetzt mittlerweile ja zwei stunden ja zwei stunden gesessen hat kalt von der bank so jetzt bleiben wir hier am ball unbedingt so ein mod in unserem chat weil die fragen kommen immer die gleichen dass wir die beantworten den meine ich jetzt hat sie die aufschlagposition verändert habe ich noch nie gesehen das stimmt jetzt geht er mit japaner der auch gar keine fehler mehr macht die krieg ja da hat er noch mal einen aus langen rücker den muss er machen ne ja passt nicht naja genau das ist eine gute kombi ja toller und den zweiten matchball verwandelt judo ja 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 ja